Was ich jetzt haben möchte. Krass, ich bin live. Ja, ihr Lieben, und damit herzlich willkommen zu einem spontanen Live-Sweem mit DIVOR. Krönchen, Krönchen. Oh Gott, hi. Jetzt sagst du Krönchen. Guten Tag, guten Tag. Ja, nöden oder leis. Das ist relativ schwierig. Es gab ja, oder es gab vor kurzem ein Update von DIVOR. Aber wir haben eine neue Map, neues Map, wollte ich gerade sagen, unter Deutsch. Und ich musste mir heute einfach mal die Kalli... Ich hab ein Krönchen. Nein, nein, nein. Ich finde das ja so toll. Ich hab ein Krönchen, ja, ja, ja. Und ich musste mir die Kalli schnappen, die hat heute mal frei. Und ich dachte mir, jetzt oder nie. Wir müssen das mal unbedingt zocken. Begreife deine Chance, mit der Fürste zu zocken. Wieso hast du da eigentlich... Ach so, ja, ich weiß, was es ist. Ich bin schon gut, ich hab mir die Frage selber beantwortet. Ich hab meinen Hürmer angestrengt, ich kann nicht einfach kicken. Was? Würde gehen. Du willst doch deine beste Freundin einfach nicht kicken, oder? Nein. Ja, und das Beutelchen. Ja, Beutelchen, hallo. Kleiner Scheißer. Prost, Kirschchen. Gut, die Kaddi hat schon wieder Kaffee getrunken und sie hat gute Laune. Und ich hab mich geschminkt, extra für euch. Ich wollte gar nicht sagen, hast du echt dich geschminkt, hab ich sie mein Kreiderspiel. Ja, ja. Ja, ja. Gute Lieben. Bisschen rumgeschminkt. Ich hab's auf jeden Fall gerade noch gesehen. Bisschen was da rumkreucht und feucht und das sieht... Geht euch das irren aus, wollte ich schon sagen. Das ist Asylum. Asylum? Ja. Asylum. Also, ich wäre bereit, ich starte einfach mal. Oh, ist es bereit, denn gar nicht, ja, Spiel starten. Gehen wir mal rein. Keine Ahnung, ob wir das schaffen sollten. Denn, Beutelchen, ich hoffe, du hast Bild und Ton. Ton. Warte auf den Spielbeginn durch Horst. Ich werd grad vollgetextet. Soll ich vorspulen? Ich werde nicht vollgetextet. Ich will auch vollgetextet werden. Ah, jetzt werd ich vollgetextet. Oh, was mit Kliniklar und... Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht voll zu quatschen. Ich hab's schon gerade gelesen. Was ist mit den Körpern? Toll, jetzt hab ich nicht aufgepasst. Bolli nicht spielen kann. Warum nicht? Bolli erinnert sich an was, bitte? Oh, ja. Oh, ja. Wolltest du deinen Charakter spielen? War er aus wie, oder war er aus wie? Alter, ich hab ne Filmsequenz. Ich quatsch mich nicht voll. Ich kann F machen. Oh, scheiß. Ich bin Faschule-Fahrer. Oh Gott, ich bin hässlich. Wo bist du denn? Wo bist du? Kali? Oh Gott. Oh Gott, ich war in dir. Alter, bist du... Alter. Alter, du bist gruseliger als das Vieh, glaub ich. Alter, Tito. Guck mal ein bisschen nach unten. Siehst du meine Augen leuchten? Ja, natürlich seh ich das. Alter, Finna. Was stimmt nicht mit dir? Du musst mal zum Schönheitschirurgen. Ich glaub, ich kann auch nicht mal das sehen. Alter, die Zähnchen. Was hast du mit deinen Zähn gemacht? Nicht gepflegt. Bücken. Alter. Alter, das ist leicht grinsen, oder soll das kein Grinsen sein? Es sieht gruselig aus. Ja, definitiv. Ich geh nicht vor. Lass uns mal die gut... Oh Gott, ich hab gerade deine Augen gesehen. Wie geht denn das? Okay, so geht das schon mal nicht. Zettichchen. Oh, nicht schon wieder lesen. Oh, nee. Oh, Zettichchen. Die Aufnahme unseres neuen, neuesten Patienten heute Morgen war problematisch. Miss Molly Jackson wollte nicht kooperieren und musste sediert werden, nachdem sie sich geweigert hat, um zu ihrer eigenen Sicherheit in einem Rollstuhl geschnallt zu werden. Punkt. Bei der Mehrheit unserer Patienten haben wir dieses Problem nicht. Punkt. Bord setzen. Was? Als ich sie heute Abend während meiner Runde besuchte, bemerkte ich, dass sie versuchte, eine Ratte mit etwas Essen aus der Kantine in ihrem Zimmer zu locken. Ich dachte gerade, sie sagt, will die Ratte essen? Geh nicht weiter. Oh Gott. Du hast ne Glatze. Ja, Tito. Du hast ne wunderschöne Glatze, muss man die lassen? Du hast nen Verband an der Seite. Irgend so ein Pflaster, du weißt. Ja. Hi, Multi. War ne Ratte. Hey, Multi. Oh. Multi, Mann. Oh. Schick. Wir müssen Stoff fetzen. Wir haben endlich mit Mollys Elektroschock-Therapie begonnen. Unglaublich. Sie kann über 130 Volt aushalten. Ein kleines Tier wäre davon schon längst gestorben. Naja, ein kleines Tier. Sie ist ein Mensch, ne? Gott sei Dank versteht unser Stifter, dass neuere psychiatrische Behandlungen unserer gewalttätigsten Patienten nicht helfen und er ist unmöglich, unsere Arbeit hier ungestört aufzuführen. Wenn man uns entdecken würde, würden wir gestoppt werden. Hi, Lumi. Servus. Oh, guck mal. Nee, die... Hast du gerade auch was gesagt? Ey, Alter. Warte mal. Oh, wartet. Ich sehe irgendwie den... Schätzchen, bist du nicht? Ich hab gerade meine Maus vermisst. Ich vermisse jeden Tag meine Maus. Hier geht's nach oben. Warte, 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 ich bin gleich soweit. Ich muss noch ein bisschen hin und her rücken. So. Ups. Also da hinten ging's ja irgendwo rein und hier geht's nach oben. Bin ich. Würdest du hoch hinaus oder lieber doch tief hinunter? Wenn's runter geht, ich weiß nicht, ob's da runter geht. Das weiß ich nicht. Ja, da hinten geht's runter. Äh, hoch hinaus. Oder? Willst du nach unten? Ich bin dafür, dass wir voll hoch hinaus gehen. Wie geht denn das mit... Ach, so. Oh. Oh, was ist das? Äh, multi. Ich hab... Ja. Oh. Ach, wir müssen der guten Elektroschocks verpassen. Hast du einen? Ja, ich hab' gerade ne... Eine Aufrufung. Eine Sicherung. Gut, wir brauchen Schlüssel. Dann müssen wir nach unten. Ach, du wirst eben... Du wirst... So keine Dunkelheit wirst du nicht hübscher. Ich muss dich, glaube ich, schön saufen. Ich fang schon mal an. Warte. Du weißt, alles, was du mir am Kopf wirfst, äh... Äh, es gilt auch für dich, ne? Ich seh' nur deine Augen da unten. Oh, so. Ich find mich hübsch. Du siehst dich ja auch nicht. Aber genau das, was du an mir siehst, das ist genau bei dir dasselbe. Nein, glaub ich nicht. Ich glaub, ich bin hübscher. Nein. Doch. Ich bin attraktiver. Nein. Ich bin wesentlich attraktiver. Misschexen hat sich sowohl körperlich als auch geistig weiter verschlechtert. Die Person extremer Psychose, massiver Gewichtsverlust. Punkt. Gestern entdeckte die Wärterin eine Ratte, deren Schwanz fehlt, in der Tasche ihres Nachthemds. Was war das? In den letzten vier Monaten konnte... Ich bin, ähm, elektrisierend. Nein, was bist du. Ich bin nicht dazu bringen, mir dabei zu antworten. Das Einzige, was sie von sich gibt, ist ein Lachen. Ja, ja. Lachen kenn ich. Geh mal rüber, mal sehen, was passiert. Jetzt kannst du rüber. Ich bin rüber gesprungen. Ganz unten gekonnt. Ich hoffe, das zündet nicht meinen Rock an. Und? Mach die Tür zu dir. Die sitzt da drin. Die sitzt da? Ja. Da liegt aber ein Schlüssel. Ja, nimm. Aber wir lesen erst mal. Und bei meinem Besuch ist Miss Jackson immer mehr von der Realität losgelöst. Eine Nachricht bekommen. Die regiert selten auf... Das ist aber im Rollstuhl. Wir haben... Das war ein Glück. Das war ein Glück. Ich habe... Was? Ich habe... Ist die... Bewege sich die... Wenn du da nicht... Überwärts im Rollstuhl... Was? eine liebeserklärung wort er liebt wen raus damit so aber ihr leben heute wieder livestream nur kurz sein als so einen sagen wir mal so zwei stündchen und dann wacke mal an der tür ich gehe da nicht rein außerdem ist es sinnvoll dass du da reingehst weil du erst riebst und ich nicht und jetzt aber du bist hässlich die dummen alter vorschönheit jetzt rinder mach jetzt nein ja komm ich gehe da scheiß drauf ja was der fehlt irgendwie die beine wegen ja sie kann sich so schnell gar nicht vorwärts bewegen also treppe wir haben treppenschutz treppenschutz immer schon folgt ein buchbeutelchen hast du was wer hat wen lieb mich auch lieb hallo ich bin dabei hallo so aber die tür schließen bleibt drin wo gehen wir hin stand da irgendwie was an der tür das ja dann müssen wir zu müssen wir zu keine ahnung hat auf jeden fall geatmet sie hat gewirkt wieso wird es noch lustig werden hallo elektrisierend ich bin einfach durchgelatscht also hier kannst du auf jeden fall nicht hochkommen ich frage mich ob das gute stück noch ein bisschen größer wird was warum weil wir so momentan noch keine chance haben und wie jetzt zu entkommen ne ja aber wir haben treppen mann sesam öffne dich ich war das nicht so rot nach dir nein du du musst doch ich habe hier was erste hilfe kann die türen öffnen wollen wir die türen zumachen kann sie hier oben rollen ich glaube sie kann hier oben oh gott geh weg mann du bist gruseliger als die hier liegt hier liegt so ein ding ist kann ich das auch nehmen nee ich kann nur eins von den beiden nehmen ich nehme so erste hilfe ding sie ist noch so ein elektro ding oder so ein keine ahnung sie wird gefügig und reaktionsschneller sie hat auch im kontakt mit mir aufgenommen und heute meinen namen verwendet genau ich habe mich versteckt sucht mich aber wenn ich irgendwas aktivieren was du eventuell naja spannender auf einer stelle stehen vielleicht schnappt sie dich ja ich bin beim spiegel ich bin beim feuer was wir hätten wir hätten normale charaktere nehmen sondern du bist echt gruselig und du bist echt nicht hübscher ich habe schon eine ach so gut du wirst einfach echt nicht schöner sollte noch ein bisschen was trinken wartet man warte ich trinke auch was ich glaube cola bringt absolut gar nichts die bringt das schon ein bisschen mehr ist das dunkel tito alles tito heute ich will hier nicht lang ich sehe nichts wenn jetzt was auf mich zukommt ich schreibe wie ein mädchen werde ich schreien wird so richtig schreien ich habe gerade um was gehört gefahren muss man ein bisschen lauter machen ist wieder so ein schocker wieso sind hier so viele schocks na weil das unsere waffe ist so wie die ziegen und was schockt man jetzt so die im bräuchstuhl geht man jetzt runter und schockt jedes mal was denn was ich habe gerade was zu essen aufgehoben und so locken wir sie an ja locken sie an ja und dann müssen wir wahrscheinlich irgendwo so eine elektro schock dings machen und sie krähen bist du hässlich eh du auch mann lass mich in ruhe ich nehme mal essen essen essi essi mit was nehme ich mit dein stolz oder erste hilfe nimm dein stolz mit nee kein tipp wir haben gerade erst mal angefangen und schon tipps nein danke die ist ja noch gar nicht mal aufgetreten aufgekreuzt jetzt hier ich will nicht runter wir können einmal nach oben und ich will nicht auf die ich will nicht auf die rollstuhlebene gut dann lass uns erstmal was haben wir hinten solchen schocker mitnehmen was soll ich mitnehmen ich bin überfordert nimm mal so ein ja so ein stromdings mit so eine so eine ach wie benutze ich diesen keine ahnung da dürfen wir erstmal was suchen ja ich hab nur schiss dass sie irgendwie aus der dunkelheit anrollt ja das wird sie auch gut da geht's auch wieder runter wir wir gehen erstmal nach oben müssen oh wenn die suppen aufhören geräusche zu machen also fliegen hier geht's zur küche gibt's hier fleisch lass mich nach fleisch gucken fleisch 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 nein ja dann ist es vergammelt bist du hm da geht vor was will nix hören oh gott bist du alter meine jüte was ist denn jetzt schon wieder man ich hab kein geräusch gehört und dann siehst du dein gesicht vor mir boah bin ich doch mal endlich dran die genauso hübsch aus wie du boah ich muss mich aber nicht mehr gut achten bereite mich auf den ersten schock vor boah ja den hab ich andauernd gerade gott da leuchten nur die augen wir hätten keine ahnung irgendwas oh gott ich konnte aber nicht molly nehmen ok hier geht's weiter vielleicht nur eine rundere und noch höher na klar wir müssen ja irgendwie von ihr boah wenn du mir jetzt sagst geh dahin wo die kantine ist ja wo fahrt die noch mal ja unten hm genau und dann werde ich sie immer noch nicht finden die tickts gut die Tür hab ich nicht das ist so scheiße was war das hast du zu viel gewicht idea ja bist du genommen hab ich kommt hier was die treppe hoch Gott sei Dank bist du hinter mir Gott sei Dank bist du vor mir ich bin aber schneller weg hm was haben wir hier oh Stoffteile hier oh nice ich glaub wir müssen sie hockt ja noch aufm Rollstuhl vielleicht da mal schon mal hocken bitte meine Nase ja immer rein mit den Fingern vielleicht sollte man die da vielleicht sollten wir die da schon mal shoppen ähm könnte könnte gut ich würde sie eher anbinden hm ich würde sie lieber verbrennen ganz schön windig draußen ziemlich in game äh ich würde sagen wir gehen mal runter in den Kellern was ja klar solange sie nicht so aggressiv dennoch haben wir ja nichts gemacht irgendwie müssen wir sie doch aggressiv machen wie machen wir sie aggressiv äh lass uns erstmal so ein bisschen Orientierung aufbauen ich was bei dir eigentlich Fee am Platz ist genau ach du schon was denn ja Schlüssel wo wir müssen auch schon nach Schlüsseln halten glaube ich ja ja ist so ich war hier im Spiel so kackig den ist irgendwie hm naja konnte man eigentlich konnte man eigentlich irgendwas drauf machen so was haben wir hier hinten nichts mehr eine Axt in der Wand wow nimm mit ähm wir waren hier schon mal lang gerannt ja ja kann ich sogar mal nichts sagen kann ich mich erinnern ich renne jetzt ne ich hoffe du kommst hinterher ja ja denn ich bin weg ich ich reiche schon wenn ja auf rechten Ohr was ihr hört hier Reutchen dann äh Grafik runterschrauben rödel 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 gut da geht's auch wieder runter wir kauf dir besseres internet also ich muss ganz ehrlich sagen es ist eigentlich einfach aber ich würde mich zuerst verlaufen äh ich verlaufe mich auch das ist meine Berufung verlaufen guck mal hier ist alles voll gekratzt genau Beutelchen an deiner internetverbindung wii äh Elio? ja? ok ach Kali ey ja du bist wichtig Beutelchen hör auf Kali anzurufen echt ey Beutel lass das doch mal jetzt nicht war wieder ingame windig ähm nein kamen wir nicht wir heute noch was machen das hab ich jetzt total vergessen äh haben wir hier ein Hirn? wir haben hier ein Hirn es wird gerade um was haben wir hier gerippeln oh da geht's also weiter puch dreh dich niemals um dreh dich niemals um in einem Horrorspiel immer nur rennen und nie zurückgucken ja Auflösung müsstet ihr eigentlich äh verändern können Kali ich hoffe du macht euch das schön laut auf die Ohren ihr Lieben richtig schön laut ihr wollt die Kali schreien hören oh ja Mädchen wie ein Mädchen wie ein Mädchen was habt ihr noch nie gehört das ist einmalig ich hab nen Krankenhausschlüssel oh Gott was denn haha genau so sitzt du auch aus hübscher wirst du wirklich nicht ne du auch nicht ähm hallo warte mal ey diese Drehung hier uh Stoffteil ja man hallo ich würd einfach mal sagen wir gehen nochmal zu der Guten zurück Essen Essen hab ich halt für sie hier kein Spieglein du wirst eh nicht hübscher aufm Boden tschüssi aus deinem Boden wo bist du Illi oh ja du kannst mich mal du kannst mich mal du kannst mich mal das geht gar nicht ach Warte mal auf mich nimm mich an die Hand nein hier ist es nicht es ist einmal hier hoch von da kamen wir achso das ist doch hier unten wälder danke für den Hinweis 1 2 1 2 Alter nein das war nicht da weg und ich bin allein allein sie rollen mit dem Rollstuhl aber wo wenn du was quietschen hörst rennen das ist der Rollstuhl aber wenn ich dem Rollstuhl gegen renne oh Gott ich hab mich grad erschrocken vor der Split Ilia rette mich Ilia hab ich grad irgendwas gehört mach Tür zu kann die Türen öffnen wahrscheinlich ja wir haben Klo wir haben Waschbecken wir haben ein Bett das reicht ja reicht total ja ich find mich hier wohl oh Gott entspannen hier sing stream ah Multie darauf kannst du lange warten was ne sing das rein reicht schon Multie sing möchtest du dir nicht antun glaub mir mal oh leider du möchtest taub werden hm willst du das willst du Jali hör auf die Türen auszuprobieren Blegung willst du taub werden Multie ich glaube noch nicht gib dir noch ein paar Jahre und dann eventuell hm ähm sing 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 warte mal ist das der Fahrstuhl oh guck mal Leichenhalle da drin ja mach auf wisst ihr dass auf jeden Fall erst du Besucher die vielleicht die Leute hier besuchen wollen kommen hier aus dem Fahrstuhl gucken nach links Leichenhalle nice ne würde ich auch machen gleich hi Chris hallo und willkommen zum sehr spontaner Livestream hi und Tana ich musste es nutzen weil die Kaddi heute frei hat yeah nutze Elia hat es neise ge- was neise weise ich bin bisschen ich bereite mich schon auf den Mietchenschrei vor hm ja ich auch mi 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 waren wir hier rechts schon hier warte mal hier doch unten überall rum Elia waren wir hier schon in der Ecke ja ich war du kannst gerne nochmal gucken Elia hier ist ein Eimer ja brech mal rein hast du äh ich hab den Eimer umgestoßen oh hier gehts ja weiter haha ich hab den Eimer umgestoßen die konnte man umstoßen der ist so aufgelenkt rotlicht Milieu äh leider hat der Aufseher heute unser Moni Moni mhm das stimmt die ist bestimmt runtergerollert die Nussi also das ist gemein sorry aber wie kommt sie hoch hm hm kriechend ähm rot ist ja deine Lieblingsfarbe ne nein schwarz ach ist noch schlimmer ähm sound sound schön Arsch sound ruckel äh lade lade die Nussi warte mal hallo hi ihre Patienten und Pfleger hörten letzte Nacht seltsame Gesänge aus Mollis Zimmer mhm Molli Molli sie ist verschwunden Molli ich fand eine Reihe von Ratten in ihrem Zimmer die schrien und die spielen die Molli ich frag mich Alter was sappelst du eigentlich ich kann nicht in Ruhe lesen hier mhm ach du Kacke die ruht sich aus echt? ja die ruht sich aus die schild Hardcore schön mit Molli Alter Molli was stimmt nicht mit dir? wer ist Molli? ah was die Molli die da drauf liegt das ist der Charakter den du spielen willst du bist verrückt geworden vom letzten Mal geh da nicht ran Alter sie bewegt die Hand Arm wie auch immer auf jeden Fall vielleicht wird sie nicht ein bisschen weiter zusammen klatschen können das stimmt nicht mit dir Alter ich bin echt verrückt geworden vom letzten Spiel siehste kannst du mal sehen ja ja ich hab ja immer so hinterlistig gelacht ne wenn da so eine Ziege in so einen Topf gekommen ist in ihrem Räuchte in der Welt wohnen und ob wir die mal schocken müssen okay ja das ist eine sehr komische Position ich geh mal zur Seite ähm am besten nicht am besten nicht Molli schätzchen ich muss sie weiter beobachten hm geh mal ran da oh das wird jetzt gemein hast du was denn? ein Schocker? ja ich geh doch nicht da ran noch mal tauschen würdest du den haben? ja hier hier nimm Fisch passt zu dir hallo tauschen hier essen ja die hört Musik wir drehen gleich richtig schön auf dann hat die Basse noch hallo ah nein mhm 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 pass auf glaub ich hab was gesehen ja da wollte ich ja hin du wolltest tauschen mit mir aber ja schock sie ich glaub sie hat die ganze Zeit auch nichts gegessen würdest du was essen? warte mal hat sie den Mund auf? oh tut mir leid Molli alter dich kriegen wir nicht wieder schick nee das sind wir sogar hübscher ich glaub das Ding ist abgelaufen guck dir mal deine Fingernägel an tut mir leid oh vielleicht klappt's da bei Parkschipp wir haben mal einen Parkschipp mal ne Runde vielleicht klappt's da ja oh Gott oh Gott ich glaub sie wird aber die landet noch nicht im Rollstuhl wo ist denn die Triller im Rollstuhl? das ist sie glaub ich aber sie hat Füße ja sie hat Beine man ja du packst das Ding rein wenn ich hier gerade mit dabei bin okay hier drin bin warte mal die müssen wir hier reinpacken ne? ja ich pack mal nein ich bin doch drauf nein ich meine muss man den Hebel extra betätigen das reinpacken und dann den Hebel betätigen weißt du ja dann leg los na denn ich schieb das Ding rein Hakuna Matata dann hebel den Hebel denn der Hebel wird hier gehebelt ne? na dann na dann Hakuna Matata na dann na dann ähm ich kann's nicht ausstehen oh scheiße waschen das ist? idiot die freut sich die find's geil oh guck mal uns ist ein Licht aufgegangen Hakuna Matata ich bin zu dir man und wieso haben wir das jetzt gemacht? ja es ist sie wir haben sie gesund gemacht die paar Schipps jetzt was? hast du die nächste Spule schon reingehauen? nein aber ich kann's machen setz dich mehr dann rauf what na der Molly hat's gefallen na oh wie müssen wir die wieder rauflocken kann das sein essen also das Essen da raufpacken? oder wenn sie uns oben begegnet packen wir ihr was zu essen hin dann denkt sie sich oh ich bin satt und will sich hinlegen also wie kann man dann an die Leine packen und mitzerren? was ist denn hier hin? Helia wo bist du denn? ach da hier ist ein Tuch ich hab noch so ne Stingsbumsspule ja gut wir müssen sie irgendwie anlocken ich weiß nicht ob wir je nach unten rennen müssen wir gucken einfach mal mehr als sterben geht da nicht ich hab kein Medi Dings bei ja das jetzt trage ich meine die braucht keinen Rollstuhl hallo? die hat Behne die läuft so durch die Gegend und findet das auch noch ganz lustig warte mal was ja was liegt denn hier? ihr Finger? was ist denn das? ein Stück Knochen? alter hat so was verloren? von sich selbst? guck mal hier hat so einiges verloren ja man das die Ohren laut Musik Leute das passiert wenn ihr so laut Musik hört die fallen dann einfach ab ja und zwei Knochen verliert ihr noch keine Ahnung welche sucht euch welche aus das sind äh keine Ahnung die Ohrmuschel Knochen ich weiß nicht wie die heißen ich bin dann weg.de Monis hier haben wir nochmal einen Schocker warte mal habe ich einen Schocker eingesetzt? ja wie kann ich denn das los? wie? warte mal warte mal warte mal werden wir die doch schocken ich bin jeden Tag geschockt wie sammeln die Teile hier wie liegen die hier hin? ja wir werden eben beim ersten Durchgang und beim dritten und beim vierten und beim fünften und beim achten werden die auch eh sterben ihr Lieben hm vielleicht sind Baba bis dahin schlauer geworden naja bezweifle ich wir haben hier genügend äh Dinger fütter sie mal du solltest mal zum Zahnarzt Schatzi wie du du siehst genauso grässlich aus wie ich ich hab ein wunderschönes Lächeln okay hm musst du noch üben ja Mundwinkel sind ein bisschen steif geworden ich weiß nicht wieso da war die Troller jetzt im Bräuchstuhl ja 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 ist dann kommt sie vor uns dann kommt sie vor uns und sagt ich möchte ein Spiel spielen nein da war denn die Troller Schlüssel oh nicht die Leichenschau und was war das? von oben über dir ist ein Loch und laut Geräuschkulisse würde ich sagen das kann von nimm ich mit das von oben Schlüssel ey das wollte ich nehmen oh ein Quartier drücke K um dein Inventar zu öffnen nein ich will jetzt nicht ja guck mal da kommt guck mal oh bist du knuffig voll ein laser wie du abgießt ja voll laser ich habe Leichenschauhaus bei mir in die Leichenhater ja da ist ja eh alles tot lass uns hin ja hoffe ich doch was mache ich mit den Essen ja bist du zu schwer auf der Knochen? garantiert bist du zugenommen habe ich in meinem Leben warte mal warte mal warte warte komm wein kann man sich denn diesen Spiel nicht an die Hand nehmen was denn du musst erwachsen werden Leichenhalle hast du eigentlich jetzt eine erste Hefe mitgenommen? nein keine gefunden oh Gott ja hey hallo da ist ne Ratte die ist böse ich mach die Tür hier zu ja das ist keine friedliche Ratte die leuchtet ja die leuchtet warte die Ratte da trinkt Gurgels komm her da trinkt Gurgels Gurgels der Knochen der Knochen würde uns was sagen elektrisch aufgeladen würde ich sagen wir haben doch ordentlich oh ok Lumi runde nicht weg weiter guck mal die Rache des Lumis wer soll sie da hinten schillen oh guck mal hier ist was was ist das du bist so puderlich er hat ja Eimer ja was Ratten fangen ja ach die Fatten ach die Fatten die Ratten füttern unter dem und wohin oh nein sag los wir müssen die schocken ha 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 die Quälerei ich bin wunderschön guck mal ich hab ne Ratte ja die haste am Schwanz die baumelt da jetzt ne die fütze die findet das toll ging die Tür jetzt nur nie auf die belügt den Schlüsselleichen warte mal ja ja hab ich ich hätte gern so Medi Dings das ist ein Mensch das ist ein Mensch warte mal wartet hier nicht nicht du weißt schon ja waren wir schon du weißt schon hier waren wir schon äh ja ach ich weiß nicht ich fühl mich auf Treppen umfilsicher müssen wir die Ratten verbrennen ne ich glaub schocken oder meinte ich doch verbrennen kann man nicht ich glaub wir müssen äh die verbrennen warte mal wenn du erste Hilfe siehst warte mal hier liegt ein Schlüssel warte kurz am Schlüssel ich höre irgendwas was soll ich nehmen die Kalli schiebt schon wieder Panik warte erste Hilfe soll ich erste Hilfe nehmen oder was soll ich nehmen ähm guck mal was ist das oh ist das süß guck dir das an alter ich hab dich das letzte Mal gespielt ist das süß was passiert mit denen wenn man die spielt also ich wenn ich die spiele alles gleich bin weg die wieso wieso hat sie denn jetzt wieso ist sie denn jetzt rennt sie jetzt an oh oh Helio Helio Blende sie ich bin weg ich so blenden 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 ich nimm dich dann hast du die Ratte verloren die an der Ratte verloren ich hab gar nicht die Ratte verloren das war ne andere achso ok ich renne ja hinterher aber ich hab erste Hilfe volle Gummi nicht darauf let's go jetzt ist sie sauer es explodiert sie weint durch das erste hilfe geht uns mitnehmen soll ich das hier was sprich das erste hilfe sie wird uns jetzt glaube ich jagen naja ich habe keine ahnung es ist alles ein bisschen eng und so was zu essen ja er stimmt die hängt oben ab ja bist du hinter mir bist du in mir bist du ich habe meister splinter getötet da ist eine ratte aber auch kein essen ja so wieder ich habe eine treppe ist eigentlich genau dasselbe prinzip wie ähm anna ist er östlich wohnheim ja ich bin unten nein komm runter ja warte komm du bist ja ganz weit oben gelaufen naja natürlich treppenbahn also wenn kann die muss dann ist sie sehr flink bei treppensteigen bist du ich komme sie ist gerade in die richtung da hinten hingegangen ja und wir wollen woanders hin haben richtig ja wir wollen hier unten hin wie viel ratten ahnung ja okay dasselbe spiel zehn stück ja anhand des dingens hier übeln wartet mal den hebel den hebel den hebel ist der hebel ist hat sich sehr nah angehört ja sie geht ab auch nicht weinen doch da oben der erste hilfe wird sie mitnehmen oder nicht mitnehmen ja ich nehme sie mit sollten wir sterben werden wir wieder alles vorbereiten und alles hier nach unten bringen was mit spuren zu tun hat ja ich habe ja eine also ich lieber hier so ein mietiki hier unten stehen lassen hier vor der treppe und so vor der treppe würde ich das stehen lassen ja ja ich habe die mimi gesagt mein gott ja ich bin voll in panik ich will heute nacht nicht alleine schlafen ich renne warte ich renne hast du irgendwo noch eine ratte gesehen nein aber eine spule äh was für einen schlüssel hast du warte kommt ja doppelt gemoppelt oh die hat rote augen die lacht nimm Kali Kali ist on point nimm sie 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 sie will hör auf mich ich versuch dich zu verfolgen nein geh woanders hin nein ich weiß nicht ich hab erst mal den fotex gesehen nimm ich mit oh gott was denn wo ist sie ähm was für einen schlüssel hast du ich kam hm ein irgend so ein quartier war denn das quartier oder warte mal unten hinten rennt sie ist das knuffig westliches wohnheim und ja guck mal irgendwie ist das sehr niedlich ne lustig ja ähm du musst gucken wofür der schlüssel jetzt ist also mein schlüssel ist weg mit den leichen jetzt müssen wir gucken äh wofür dein schlüssel ist ja dann zeigt mir die türen und ich riddle mal dran kein problem es sind hier überall türen äh ja wo ist denn die wo dann fühl mich doch mal zu einer verdammt ähm unten wäre eine gewesen aber ich geh erstmal hoch wieso rannst du hoch ich will hoch hinaus hier ist wieder futter äh schwule haben wir hier hm ja ihr könnt ähm ja warte immer auf weiß ich nicht ich kenne das hier nicht würd ich mal behaupten auch ratte macht doch mal hin was war das was war was wo erste hilfe hier hier ist ja ja doch fetzen okay nimm was war das ja sie hängt hinter der wand irgendwie keine ahnung und freut sich okay warte ich bin im Bett volle volle dran vorbei dran vorbei alter oh gott oh gott aber sowas von schnell dran vorbei die haare von der ja bei so einem schock und die einfach hinterher fükalisier darum eh erneu ja die freut sich irgendwie hatte ich ist sie so ein bisschen wie der joker ne aha der lacht auch immer egal was ihm passiert so fertig ja ach du machst immer diese geräusche echt ja du freust dich eigentlich das bin ich doch gott sei dank ja das wäre hier irgendwas anderes das macht gut das noch drei aber auch wieder eine spule denn ne eine spule gut dann besorgen wir uns erstmal spulen oh gott oh gott immer neu was gar nicht Valumi man ich glaube wir in die förmliche Gegend ja ne hört sich hinter uns an nein du hast die spule hier weggenommen sie ist hier irgendwo da kommt sie da rennt sie da ist sie sie hat rote augen ähm ich geh mal woanders lang die hechelt so folgt ein ja garantiert ich geh mal durch die leichenhalle ich hab herzschlag bei leser wie sie abgeht oh rati und er hat die tür aufgemacht ich hab ne tür gehört echt ja ich möchte sie hier zu machen ich sie weiter wie du magst was ich hab erste hilfe auf jeden fall dabei ich hör hier irgendwas ich nicht ähm auf jeden fall oben glaub ich hatten wir erste hilfe ja ich meinte die spule ja sie sie kommt hier ist die spule nimm sie spule hinter uns ja drin ja geile abkürzung wirtschaft die niemals hier die entfernung kannst du nicht schaffen das was atmet hier das war feiner fehler was wir gemacht haben bist du hier die treppe runter idiot ja was wo denn ich lauf einfach lenk sie ab lenk sie ab ich lauf einfach hier ist ne ratte ja nice oh gott wo bist du ah verdammt wir haben schon ne spule ich trottel ich hol ne ratte ich bin alleine ja das ist tragisch lenk sie ab ich will nicht alleine sein ich werde dich schon finden unten ja ja was euch du fahrer ja die hatte ich auch grad ich bin jetzt im großen saal saal ja moin saal wo bist du hier was brauchen wir ich weiß ja noch nicht mal wo du bist dein alter scheiße da oh gott ja ja mein gott alles klar was eigentlich da durch nimm die beine in die hand wir müssen naaa sich rein bis die treppe hoch ich schaff das nicht idiot tschüss ah tschüss mich die richtig richtig in den arm nehmen die schleift mich über kackboden alter und die treppen krieg ich auch noch in die fresse bam 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 hallo hallo da bist du ich bin mal kurz weg kannst du jetzt unter untern rock alter hier ist noch ne rollstuhltrolle warte mal da ist auch noch ne rollstuhltrolle die hat kalli an ihren nicht vorhandenen haaren gezogen ist das schön echt jetzt ja ja gut wir packen jetzt mal die rate hin hallo alter geh doch mal beiseite mit deinem rollstuhl hier und lass mich mal die treppen hoch krabbeln hier was stimmt nicht mit dir mh ah sehr schön ey man sieht gar nichts da toben zwei Rollstuhlfahrer oh du machst selber Geräusche das ist gruselig ähm wollen wir die rattenverbrennung schon mal unten anfangen oder erstmal suchen was denn suchen spulen ja spulen erstmal suchen gut eine liegt schon mal vorrätig davor da können wir auch irgendwie stapeln irgendwo also du hast immer noch ein Schlüssel zwei warte mal zwei drei Schlüssel bist du jetzt hoch ja andere Seite mein Gott was ist hier mit dem Futter ich nehm das Futter mit oder wie oder nicht kannst du auch gerne machen ich schau erstmal wo hinschmeißen und sammeln oh erste Hilfe da mit da können wir die doch unten oh Gott was alter du bist echt nicht hübsch du doch auch nicht boah das nämlich jetzt übel gut ähm wo packen wir das hin hier oben erstmal alles ja packen wir erstmal hier hin ne dann nehmen wir die Schlüssel hier auch noch mit alter unten ne ja du musst gucken ja auch ne Schüssel ja packen wir das hier hin guck mal oben was ist hier hier ist wieder diese Rollstuhltroller glaube ich ähm du musst gucken was für einen Schlüssel du hast dann komm mal mit wo bist du denn es hin Frau na wieder hoch und hab das andere Futter geholt ah was soll ich denn jetzt mitnehmen soll ich das hier erstmal alles liegen lassen äh ja dann wird die Speisekammer hier erstmal oh ich hab hier irgendwas oh Adens Quartier und ich hab östliches Wohnheim ich hab östliches Wohnheim östlich soll die Tür zumachen ich hab ne Spude ich hab Futter wo haben wir das jetzt gestapelt hier Lydia ja Alter guck doch nicht so ums Eck ah Ratti warte ich mal mitten da will ich nicht IC weißt du nicht dies hier irgendwo irgendwo da hinten ist sie doch grad die tobt sich da hinten aus äh also ich hab Futter und du da da drin ist ne Ratte nimm sie mit ok ganz ganz weit hinten ich beobachte sie dann können wir schon mal unten zwei Ratten verbrennen äh ähm Elektro elektrisieren oh hier sind aber viel ne Ratten oder Spulen nein nein Spulen zwei Stück sind hier Sicherung ich glaub das ist es warte mal Spulen dazu egal mach einfach Sicherung Spulen ist doch kacke egal hauptsache wir wissen was am mei ich hab so ein Ding an Schwanz bitteschön schleider die mal mal sehen was passiert jetzt komm mit komm 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 das hört sich so nah an das hört sich so nah an ich übernehme ach hier ist eine nein die hat mich geh vor komm 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 ich geh die Treppe runter was für ne Treppe runter wo bist du oh die Treppe unten die Treppe unten Elio die Treppe unten du bist falsch gelaufen ich seh nix 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 scheiße richtig so jetzt hast du die Ratte verloren laut auf die Ohren einmal mit nem Profi ey die Ratte ist jetzt unten glaub ich oder die Ratte wieder zurück warum läufst du eigentlich immer dahin weiß ich nicht weil die Treppe als erstes immer auffällt was anderes seh nix aber falsche Treppe mein Gott ja aber ich seh keine anderen was brauchst du hier ist das süß die lacht dich aus die wird mir immer sympathischer ey ich grab immer hier zum Erste Hilfe für Dings wenn wir das brauchen wenn du das brauchst wenn wir das brauchen wenn alter du siehst so aus toll wo ist denn jetzt Ratte hin äh ich war unten was sie hat mich ja ich war unten läuft so ein bisschen wie beutig hirn die ist gruselig äh ich weiß nicht ob die jetzt unten ist ob man die wieder einsammeln kann oder ob die wieder ich will gucken äh essen nehmen wir mit oder einer nimmt Erste Hilfe mit immer das Erste Hilfe mit okay wo du das auch immer gesehen hast ähm hier unten wurdest du geschnappt so so genau ich bin hier noch rum genau weiter weiter das habe ich hier noch geschafft weiter 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 Alter da kommt mir was ganz stolz entgegen ja ich seh ich seh dann bin ich hier hinten rum und dann hier durch die Tür da isser doch hier isser ratti ratti hallo zuerst ich hab hier eine Tür geöffnet aber okay ich komm zu dir ratti 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 wo ist sie denn da in dem Raum wo's dann weiter geht halt so dann können wir schonmal zwei Ratten verbrennen dann hätten wir unglaublich fünf wo ist die zweite liegt schon oben und wartet auf ihre Therapie auf ihre Therapie und dann müssen wir uns den raum angucken soll ich das erste hilfe gedöhnt ist keine ahnung hier vorne wieder hin schmeißen ja okay ja dann müssen wir nicht nach unten rennen so dann würde ich sagen heben wir den hebel und du packst die spute rein weil ich die hatte habe die ist in ordnung ist in ordnung jetzt kriege ich habe es gar ich mache die reiten erratete ist mir echt leid du bist locker lassen hat die ist drin und auf neues freust dich dahinten und jetzt brauchen wir dann wieder eine spule ich habe zwei gesehen jetzt richtig aus ich habe immer noch zwei schlüssel ich habe auch seine geschlüssel ist bald zu ende ist dir das klar ja dann kommt man mit und hat mich kann absolut nicht gekriegt mich gekriegt davon werden jetzt wahrscheinlich mehr unterwegs sein könnte ich mir vorstellen also was in der keller stelle achte meine güte er machte keller stelle wollen wir die zwei spulen ja eine spule habe ich hier und wo waren zwei ich habe sogar essen hier haben wir das essen wo war doch ein raum wo zwei spulen lagen um den wir frisch geöffnet haben hier ist auch noch eine spule warte mal da packe ich das hier einfach mal im weg das futter da wo es geschockt und quartier und dann lass uns mal wieder ich höre sie aber nicht ein trill bekommen das ist so weiter weg und bekommt irgendwo anders ein trill das ist aber noch jeder stelle ist nämlich aufgegangen keine ahnung moment wir brauchen insgesamt noch fünf stück aber drei haben wir ist dann die frage wenn wir die spulen jetzt holen ja mal gucken dass wir denn beide ratte haben ja zum schluss denn also sagst du erst mal spule holen weil eventuell kannst du deinen dauertick haben und dann aber schwierigkeiten da irgendwie was zu suchen zu finden würde ich sagen spulen spulen erst mal weg jetzt rennt ich gut gelaufen runter ja weil ich durch die leichenhalle möchte guck mal was mir da entgegen kommt oh sie geht ab ja ich glaube auch ich habe irgendwas gehört Unterstützung Made it wir müssen aufpassen ne ja ich habe bald kein Licht mehr lass uns langsam machen wir müssen nach oben ich nehme mir vorsichtshalber beim essen mit das kann ich auch mitnehmen regnet es jetzt so wir können nämlich eine ratte rauspacken ja wo ist denn unser futter ja und da können wir drei insgesamt denn ja ja da kommt doch einer wo haben wir denn das futter alles hingepackt äh in der küche die küche müsste hier ist erste hilfe in der küche müsste noch eine spule sein nee oder auch nicht bleibt die ratte denn unten warte mal hier die spule da nimmst du es mit ich habe selber essen dabei ja dann nimmst du essen erstmal mit gut 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 ja natürlich nächstes fenster westliches wohnheim ratte ratte na 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 wir müssen hier weg danny lauf ich bin im Asi ach sie jagt dir da ist ein ding ja sie hat mich ja sie hat mich die ist so nett ey schleppt mich hier durch halbe haus oder irrenanstalt alter noch eine treppe runter geht ja mal weiter ähm ich krabbel dann wenn ich sehe also sie rennt immer noch mit mir zu so einem erste hilfe ding mal gucken erste hilfe habe ich in der hand aber mal hier lang von hier weg aber wie gibt es das sicher was denn die scheint aber nicht aggressiv zu sein die kalli denn heute über trifft ja oder was ja irgendwie erwischt die mich immer ich weiß gar nicht warum bleib stehen hab dich so hä hast du nicht oh hä huch da war ich bisschen zu schnell so jetzt hab ich dich nice so dann folge mir unauffällig ich folge wo habe ich denn alles fallen lassen hatte ich nicht eine ratte in der hand gehabt ich weiß ja nicht mehr weiter oben ist noch eine spule soll ich das futter hier mitnehmen ja hier kommt eine ratte gerade runter hier ist stoff ja ja und die treppe 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 das war die ne ja alter mach hin mit ich hab sie komm mit ja wir haben wieder eine ratte bleib schön hinter mir uäh ja ich geb mühe na klar ich glaub sie ist direkt unter mir ja ja haben wir echt die treppe runter und und pack die ratte hin bist du game over nein aber gleich ist das scheiße laut hilfe 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 sie hat geschmack endlich nimm beide gleich aus wie kann sie dann unterschied feststellen nicht meine haare au au mensch die verschleppt mich nach oben kann die wird mich nie finden ja hätte weit runter drehen bei mir ist erste hilfe gleich und ich hab die jetzt von unten mitgenommen würdest du mal bitte beiseite gehen die hängt da mitten an der tür kommen ja nicht rennt bin ich jetzt unbeschadet zu dir sie rennt bei mir um hier hier sind gleich spulen aber erste hilfe habe ich jetzt von unten genommen ähm auf der treppe ist eine ratte eine habe ich unten hingelegt aber wir müssen erstmal ein bisschen was sammeln wo ist denn hier hier unten ist auch wieder eine spule erste hilfe die gedönst müssen wir erste hilfe hier oder ja irgendwo wieder sammeln hier ja ähm hab ich dich genommen warte mal spule holen bist du kommst du ja ich komme diese drehung in diesem spiel mit der maus egal wie die einstellt ich bin schon wieder konzentriert alles irgendwie doof und wie ist es so schwammig keine ahnung oh guck oh der wollte hier ja das ist ja nicht gekonnt ähm spule und erste hilfe bei mir vier ratten was nehmen wir spule keine ratten erste hilfe was nimmst du was hast du spule ok ob erste hilfe wird badezimmer fand ich nicht spule auch bei mir wir dürfen aber ich stelle das einfach hier mitten im weg und nehme die spule mit raum aufgeschlossen und noch eine spule ratte bei mir ja was machen wir denn jetzt so ich pack dir hier im flur hin die spule einfach mitten im weg warte ja nimm die ratte ja nimm ich gleich erst mal die spulen hier mitten im weg damit wir die sehen wo ist die ratte wo ist das dahinter putti 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 clips sind da geht ihr booty die was für clips clips sind raus hast du clips media wo bist du hier bei dir ist noch stoff oh scheiße ja komm ich bin da ich versuche zu verteidigen ja ist bei mir nein nimm mir nicht meine Kali nein nimm mir nicht meine Kali ich brauch sie nur noch ähm ich folg dir gleich ja alles gut alles gut alter von mir wieso von mir nur uah hier ist erste Hilfe vielleicht bei mir ja wo äh es ist ja wir brauchen noch eine spule oh die liegt hier wir haben wir haben alle wir haben alle ja sind ja jetzt jetzt alter die läuft hier noch rum ne ich muss mich ja beutel beutel bei dir ist erste Hilfe ja dürfte sein ja sie ist immer noch hier scheiße ich muss einen anderen Weg knie ja auf der anderen Seite ist die süß ey die macht ganz süße Geräusche ja hier ist ne Ratte ah was ist mit mir wenn sie dich jetzt kriegt dann super im Arsch ja beute sowas geht nur bei Twitch deswegen finde ich auch Twitch ziemlich äh hat das schon mal einen Pluspunkt bekommen äh hier ist ne Rollstuhlfahrerin hier an einer Treppe kommst du grad hoch hier Rollert pass auf mach erstmal die ja wenn wir jetzt beide zwei Ratten bekommen ja irgendwas rostet doch hier ja brauchen wir wenn wir wenn wir gut sind und alle drei noch ne Spule dafür ne ja dann lass uns nach oben wo der rote Teppich oder so ja was denkst du wo ich gerade hin bin na dann hopp dahin nimm wir mit packen wir unten rein solange sie immer nur ein von uns hat ist es gut beide sind schlecht und dann rösten 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 Essen hab ich Essen haben wir hier auch guck mal drei Stück hier war gerade irgendwo ne Ratte ja ja vor der Treppe aber trotzdem brauchen wir ne Spule oder Spule hier Spule haben wir wir haben alle Spulen hier ist ne Ratte vor der Treppe hier wo ist sie denn von wo kommst du denn soll ich mich im Weg stellen ja verteidige mich erstmal ich weiß nicht aber woher sie kommen von oben Ratte hab ich ja da rennt sie wie ähm nimm Essen hast du Essen äh wo da kommt sie kommt sie kommt sie kommt bekommt sie rote Augen ja ich bin oben rote bei mir kannst du das mit der Ratte machen oder wäre das ja doof ne ich kann ich brauche nur den Hebel ziehen dann die raufpacken und dann äh ach so weit hat sie mich gar nicht geschleppt okay na aber wir brauchen dann glaube ich noch hör mal ich sie hier ich muss das ist der größte Fehler den ich gerade machen konnte das ist doch hier ja sie wird mich jetzt jagen ähm ich krabbel mal zum das kann eine Weile dauern ich krabbel mal zum komm zu mir war aber nicht am Feuer wa warte mal das war der größte Fehler den ich gerade machen ich hätte äh äh ich hätte die Ratte äh loslassen sollen und die schrippen sollen ja sag mal nicht ne sind auch viel zu viele ne das war der das war jetzt der größte Fehler den ich machen konnte ich hätte Kalli machen sollen und nicht die Ratte ach du liegst okay alter nein das ist nicht dein Ernst ich feier die jetzt steht die am Hebel warte das ist aber ne Ratte da liegt da noch ne Ratte hast du die Ratte vergessen ja das ist meine Ratte die da noch liegt die kriegt vielleicht die Ratte mit ey ich hab mich ich hab ich hab gut durchgezogen ne ich habe sehr gut durchgezogen ich brauch nen anderen Charakter ey dieses ich auch ich brauch mein mein Zwerg boah hab ich nicht gesagt soll ich nehm oh der häss ähm der Blasse steht dir schon sehr gut warte dieses Fauchen zwischendurch ich verwechsel das immer mit den anderen Büchern ja ich aber auch hier das ist doch schön ähm so viel Masse oh der Fahrer oh ja 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 etta du musst genau was sagen gut ihr Lieben wir probieren es doch mal jetzt checken wir es also ähm California California guten Tag hallo Lumi was machst du hier? ich spiele mit man ach meine Güte Lumi wird jetzt ganz oft verkacken ja sehr oft aber das ist ja Standard ne ja definitiv positiv ist Hi erste Hilfe schonmal mit den neun oh klar platze ich habe Schlüssel ja wunderschön oh guck mal ist weg Tür ist zugegangen gut ähm sammeln ne definitiv wir sammeln wir sammeln die ganzen Schwulen packen dort alles hin damit wir nicht noch extra schwulen S was? das war ne Ratte S? was ist S? S der Clown? was? S war eine Ratte ah gut warum ich dich damit entziehe Lumi? na weil das einfach dein Charakter hier ist ne? ja ja definitiv und dafür kann ich nichts ja also ich bin der Lumi und der Schrei ist immer noch existent auf Lauf Lauf meine Ratten Lauf also ich stelle das Medi Dings hier hin ne? eigentlich müssten wir das weiter in den Raum lassen was? das Medikit? ja nee wir liegen doch sonst wo immer so achso hab ich das jetzt? hier ist noch eine äh sehr schön äh bleib liegen Molly genau schildern und Schema achso ich helfe mich nochmal Frau Dein warte mal auf mich wat? ja 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 ich warte ich warte Lumi ja erste Hilfe ich warte immer noch so die gute wird ja eigentlich müssten wir die Medis Keys hier hin packen vom Feuer mitten im Weg ja weil da hinten wenn wir da hinten hingehen ähm Sackgasse ja Sackgasse nicht Kasse ich sag immer Kasse ich weiß nicht wieso ich hab so ein Dings lass uns das doch erstmal alles hier vom Feuer lagern ups sechsten was? du machst das schon danke naja what? google denn hier wer googelt? wer googelt? ähm ich warte übrigens immer noch ich hab Butter das Essen pack ich das Essen pack ich nicht auf den Boden sonst fressen das vielleicht die Ratten schon ähm kann man das einfach hier raufschmeißen? ne aber hier ist doch nie eine oder? naja oder du sagst ja dann mach ich's ach ich nehm's jetzt so die große Vorbereitung die Ratten werden sich nicht auf einer Stelle aufhalten da wird halt nur eine Ratte essen ganze Zeit Stunden lag aus einer Schüssel weiß ich nicht müsste man testen ne? mhm mhm deine Schadenfreude kann gesagt also da das mach ich doch Lumi mach ich nicht aber ist das schön dass ich mal nicht angezählt werde hier und ich warte immer noch Lumi auf den Treppenrutscher auf den Lumi ach Leute wollt ihr mal was sehen? hm was denn? wo bist du überhaupt? ich lass mich nicht allein ich hab mich schon wieder gefeiert hm nur meinst du warte mal aber dann kenn ich den Weg zum Feuer ja warte in my mouth schön achso boah hast du es gesehen? ich habe nichts gesehen achso boah ich denke ja das hat sie gemacht ja siehe Kalli willst du es auch sehen? guck mal was denn? ja ich gucke ja gucke immer noch oh schöne Verzögerungen drin gucke immer noch siehst du es nicht gerade im Bild? stream? jetzt habe ich es gesehen jetzt sehe ich es ja aber eine ganz schön große Verzögerung drin oder fühlt sich das nur so an so achso Spule so hier Feuer 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 Wolltest du mal sehen? hm he he okay ich glaube da werde ich so einen kleinen Clip rein machen wo man die ganzen Bilder sieht wie ähm Lumi meisterlich ja 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 das ich glaube das packe ich auch nochmal hin den klicklichen Versuch von Kaddi aber was Kadis Tode sind nicht so oft ähm lieber Lumi wie deine da habe ich viel mehr Bilder hi hi ein ganzer Ordner wird damit gedeckt oh ha der Ordner wird voll ja wenn es so weiter geht muss ich bald eine externe Festplatte noch dafür holen hier ne eigene externe Festplatte hm hm und das mag schon was heißen reichlich ein klick oh falsche Richtung gebrecht so als Pausenbild genau jedes Mal ein anderes Bild und ja ich kann ja auch dieses Bild was wir gerade rein äh was ich gerade reingemacht habe ähm auch als Pausenbild ja aber es gibt doch so viele davon ja ich kann mich ich jedes Mal wenn du Pause machst kannst du ein anderes Bild reinhauen wollen wir das schon mal runter bringen ja also die Idee spulen hm naja ich dachte ja deswegen sage ich ja so ein kleiner Clip so eine kleine Fotomontage Videofotomontage mit den ganzen Bildern von klein Lumi ja Lumi hm 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 eh hm 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 ok hm so er so sagt hat noch nicht gearbeitet da noch nicht noch nicht ja wie geht's dir molly so oft zwei vielleicht stück elf brauchen war einmal für die trolle und dann sehen für die ratten na eine spule ist schon drin ich habe jetzt nur die auf dem boden gezählt das waren sechs ja ja gelegentlich denke ich auch noch mit acht stück insgesamt da war doch ich hänge wenn sagst du das und ihr warum er hör auf zu jammern echt stecks weg auf dich muss man immer warten ja sorry war da mal kaffee und so trinkt du auch mal was okay das war erste hilfe liegen oder ist das doof hier nehmen erste hilfe lassen wir hier auch noch ein paar spulen zwei stück ich weiß aber nicht ob wir die so finden das wäre nämlich glaube ich du denkst ja mit ja ab und zu mal schalte ich mein hirn ein aber auch selten weil ich das ist so anstrengend wird genau genau ja ja und auftrag aus drauf an ob man wlan hält hat mit mir ja ja aber erste hilfe habe ich dann hätte ich immer google fragen alexa und wenn die leute sagen ey das ist ja voll falsch studium da sage ich der google google ist schuld wisst ihr leute warum ich orientierung sinn habe ich habe google maps installiert ich glaube hier oben die axt könnten eigentlich die es welche axt in der wand axel kann man nehmen kurz rein quatsch ich glaube so und futter haben wir jetzt alles zusammengetragen waren wir schon in der küche weich in der küche wird auch mal wieder zeit ja ja mein kopf wollte ich eigentlich heute spontan stream aber da die kadi heute frei hat ich muss es einfach ausnutzen wenn die frau mal frei hat wir mal gemeinsam frei haben sagen wir es mal so dass wir auch mal sowas wieder spielen ob die trolle muss glaube ich runter damit irgendwie ein paar türen öffnet oder schlüssel ja kein plan ja und dann suchen wir noch die letzten wie viel brauchen wir noch zwei spulen zwei spulen würde ich sagen die nehmen wir erstmal die suchen wir erstmal die beiden packen die dahin und dann nimmt sich jeder mal eine ratte oder so aber wir brauchen noch viel mehr futter wird schon schief gehen dann heißt es ratten suchen gut dann wollen sie wollen sie mal hey molly immer recht freundlich weiss nicht ob ich das möchte ich glaube verletzungsgefahr soll die kalli deine fingernägel schneiden zeig mal deine fußnägel du kannst sie die kann er an die wand hochklettern ich glaube das schere hilft dafür nicht warum bin ich so klein verdammt doch mal ich bin so klein nö wir sind gleich groß möchtest du was heiter sie doch mal ein bisschen auf ähm ja dann die kopfhörer sitzen auch nämlich mal auf den ohren das soll ja für was zu sein die sieht echt nicht glücklich aus gut nee dann wollen wir mal unsere arbeit fahren ja schocktherapie los geht's jetzt ist ihr licht auf er definitiv so hat sie sich auch so hört sie sich auch an spule ist drin jetzt lass uns spule suchen dann wir wollen ja und nicht in schlüsse gefunden näinte mal nein gut 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 head haben wir nicht aber nicht aber nicht haben wir aber nicht willia vore sagt bloß die schlüsse das ist aber der östliche vom weiten sah das halt aus wie kopfhörer aber es war halt nur für sohn ich bin leicht verwirrt ich hatte doch leicht nach einschlüssel ich weiß wo wir den jetzt finden den hatte ich als erstes den schlüsse hatte ich als erstes leichen ein schlüssel na ja vielleicht das ist gar nicht wo ich den leichen einschlüsse gefunden habe leichte verwirrung auf guck mal hier ist auch karl was ist ein schwule hinten und eine erste hilfe was auch noch ganz hinten ich weiß dass es keine kopfhörer sind leute immer alles so ernst nehmen was man sagt ich weiß ich doch warte mal ich packe hier einzeln hier vorne wie du magst ja okay wo bist du denn jetzt da diese drehung hier einmal mit profi spielen falsches spiel falsche person falscher ost ja falscher ost ah du kannst mich mal bitte was hast du nicht gesagt nein hab ich auch nicht wo war der leichte heilen schlüssel ist doch egal es gibt hier noch andere schlüssel lass uns einfach loslatschen und diese zwei spulen holen bevor wir hier los starten wir werden schon ja drauf wenn wir schon schlüssel ist immer noch für den arsch was nein ich darf doch gucken hä warum was für ein schlüssel hast du gar keinen tja kein schlüssel gefunden naja steht kein schlüssel gefunden und was finden wir hier wurde somit hätten wir alle spulen wir können auf rattenjagd gehen wir brauchen noch zwei spulen noch die eine habe ich da hinten in der ecke gefunden kalli wo du den erste hefe gefunden hast oh mein ach die kalli hört mir nie zu doch nein aber ob ich es mir merke das ist die große frage ja das ist das entscheidende so haben alles sorry ähm das futter was wir da liegen haben das nehmen wir jetzt nicht um die ratten zu holen sondern suchen separat noch mal zweimal äh würde ich sagen ja da sechs weniger zwei doch sechs mein gott okay gut 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 na denn wo wollen wir hin nach oben nach unten ja nach oben ich habe ja einen östlichen dings hier hatte ich die leichen heinz ne wo bist denn du noch mal die tür geht auf äh ging auf hier ich habe brauchen wir nicht mehr ne oh schlüssel schlüssel hier brauchen wir aber nicht mehr ne ja das brauchen wir nicht mehr ne nein dann lasse ich die hier äh runter in den keller müssten wir noch ein schlüssel sehr schön wo sie ist oh gott schau mal vor mit den jungen leuten äh badezimmer ist ein sir habe ich irgendwas falsches gezählt hier ist ein tuch bei mir zum einsammeln ja die tür habe ich erst mal zugemacht erste hilfe haben wir hier ja erste hilfe ist immer gut eine suppe ne ja mein klo ähm noch mehr die ratte schließen wir ein ja äh ich glaube im leichenschauhaus dürfte dann auch noch eine ratte sein wir sagen wo ich das medie dings hier abwerfen soll letztlich nach unten wir gehen da lang hier sind wir sechs was sechsmal futter ja aber wir brauchen zehnmal ja ja ich sag's nur ja ja ich auch äh das nehme ich jetzt hiervon ich nehme mal hier das essen mit dann können wir die erste ratte schon mal auf die diege packen ja aber das ist doch hm ja hm war gut immer hier ein bisschen weiter gucken schlüssel westliches wohnheim super na komm her hier ist östliches wohnheim hast du das da nicht komm ich gleich rüber hugo ich hab deine ratte hallo eine tür ist auf der anderen seite noch eine ratte ja ich packe die ratte erstmal auf das genau da ist westlich drauf hier hier ok ja hier ist futter dann könntest du die an ja nimm sie lieber mit perfekt habe ich hier ist noch eine suppe und eine erste hilfe drin ne ja aber zwei können wir ja schon mal machen oder was meinst du oder nicht ähm oder einer von uns wird du ne ich werde die ratte raufpacken du hast ja eh keinen orientierungssinn alter hast du nicht gesagt dann bleibst du erstmal unten im keller ich besorge schon mal die nächste ratte ich glaube nicht dass da unten sicher ist erstmal ja sie ist ja noch nicht aktiv ja sie wird jetzt aktiv werden wir haben sie noch nicht gesehen gut dann bleibst du hier unten na wunderschön ich warte dann ja und sonst so äh ich will irgendwo ein Bild integrieren und karlisch bei richtig genau noch ist die gute nicht aktiv Entschuldigung äh falsches falsches was falsche etage äh erste hefe äh ja ich nehme erstmal das erste Hilfe huch 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 foto shooting of COCs naja Lumi da wirst du da auch drauf gehen haha AHAHAHA ich habe dein gewisses Beweisfoto jah bin richtig Wir müssten mal gucken, wo die anderen Ratten sind. Das ist halt eine schwierige, ne? Die zu finden. Ja. Und die Eimer müssen wir ja auch umstoßen. Ich hab hier oben zweimal Futter noch. Ah, schön. Und nun? Ähm, wenn wir das machen, haben wir gleich drei Ratten, ne? Ah. Ja. Wir müssen gucken. Ich glaub, ich vermute in der Leichenhalle eine Ratte. Ähm. Drei Ratten haben wir schon. Dann brauchen wir nochmal drei. Dann nochmal... Drei Ratten haben wir schon. Sechs. Zwei essen brauchen wir noch. Die sind oben. Gut, ich komm runter. Ja, ja. Ach, Lumi, ich würd doch niemals lachen. Ähm. Na denn? Obwohl... Ja, ja, einer packt die Ratte rauf. Genau. Und muss dann die Spule raufpacken. Richtig. Packst du dann die Ratte rauf? Ja, kann ich machen. Und dann die Spule. Gut, ich zünde. Oh, die arme Ratte in deiner Hand. Ja, ich hab gerade den Schrank gesehen. Hab ich mir vom Mund gehalten? Pack rauf. Ja, ja, ich werde immer weniger Ratten. Jo. Wir auf dich so freuen. Ich pack rauf. Ja. Wird mega zickig. Ich bin jetzt schon, ey. Du wundert sich jetzt erst gleich drei. Ratten schon. Jetzt ist sie richtig an die Piste. Oh ja, definitiv. Jo ist wieder vorbereitet. Ja. Ich wusste es. Da kommt was. An ihr vorbei dann. Los. Ja. Hat rote Augen. Oh Gott. Wir brauchen zu lange für die Treppe. Renn erstmal. Ich brauchst sie auch so lange. Ich nehm Essen mit. Ich nehm auch. Einfach weiter. Ja. Wie werden denn... Deine Ratte wirst du wieder hinpacken? Ich werde unten warten. Oh, der noch mal drei. Ja. Das ist lustig. Bitteschön. Gut, haben wir. Da, 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 da ist noch so ein... So, ich hab eine. Yep. Ich hoffe, das klappt. Warte mal. Du wirst aber, wenn sie dich schnappt. Und ich hab die Ratte noch in der Hand. Dann muss... Schlüssel. Ich hab Kartinenschlüssel. Ich bin im Arsch. Nicht dein Ernst. Doch, ich bin im Arsch. Leuchte sie an. Leuchte sie an. Äh, nee, die hat mich schon. Die atmet. Lumi, welchen Hintern würdest du versuchen? Beutel, Zintern? Mach mal. Ja, das will ich sehen. Das will ich auch sehen. Mach mal. Aha. Du stüppst lustig aus. Alter, wo schleppt die mich denn hin? Wie die so Ratte liegt? Alter, nach oben. Jetzt reicht's. Alter. Da will einer hoch hinaus. Guck mal, ob hier irgendwo... Aber ich seh gerade kein Erste Hilfe. Ich wacke mal wieder nach unten. Kannst bleiben? Ja. Hinter dir ist doch ein Spawn. Ähm, wo war ich denn unten? Und da war auch Futter nochmal, ne? Ja. Ähm, oben war nochmal Futter. Ich schuhe mal oben Futter. Ja! Du! Hilfe, Kali! Kali! Ja, ich leuchte die doch an! Echt jetzt? Ich hab kein Dings mehr. Was hast du? Ich muss erst eine Hilfe, aber die... Konntest du zu mir bitte kommen? Die rollt da gerade voll hier. Alter. Das Hinterdeal, kommt was? Ja, ich hab aber kein Dings mehr. Zum Weg-Dings sein. Ja. Wer, wer meldet? Wer meldet? Den Steil, ey. So, ich geh nach oben. Da meldet sich gerade freiwillig. Was? Ratte hier? Auf der anderen Seite warten. Würde gern, äh... Zwei raten. Eine auf der zweiten Etage. Und eine oben bei mir. Wird die im Keller? Würdest du mal aufhören, hier mit dem Beuchstuhl die Treppen hochzurollern? Das ist ein bisschen falsch. Hab eine. Wo hat die mich denn eigentlich hingeschleppt? Bin ich eigentlich hingerannt? Äh, Kali, hier oben auf der Treppe ist eine Ratte. Da, wo ich gerade hochgeranzt bin. Beim Lagerfeuer. Was? Helia tot und ich hab... Ja, tragisch, ne? Ich bin gar nicht gestorben. Kali? Ja, ich bin am Feuer. Da ist die Treppe... Alter, diese Drehung von diesem Spiel ist einfach nur bescheidend schön. Oder Beutelchen noch weit... Hier, noch weiter runterschrauben. Diese Drehung hier in diesem Spiel ist doof. Ja. Du es nun leicht einstellst oder schneller einstellst, ist es beides... So, runter mit uns. Dumm. Also, ich hab soweit keine Probleme. So, wie wackelt die da noch hin und... Na gut, ich... Vielleicht mit Absicht so gemacht. So, drei Ratten haben wir. Sechs Stück. Dann brauchen wir noch mal drei. Ich bin gespannt, ob wir es hinbekommen. Fertig? Mhm. Ja. Du freust dich, ey. Bist du garstig? Sorry, ey. Pack auf. Wie viele haben wir denn? Drei Stück. Du röstet. Sechste? Sechste Stück. Fünfte? Ey, Ratte, du suchst mir gleich, ne? Hast du? Ja, ist fertig. Sechste. Dann bist du bei... Ah, Beutelchen. Was machst du denn? Du brauchst jetzt ins Internet. So, sie wird kommen, ne? Warte mal, wir haben sechs Ratten. Dann fehlt uns aber noch so eine Spule. Nee, doch nicht. Sorry. Nee, die eine sitzt ja schon drin. Sorry, sorry, sorry. Ich hab Kantine. Regnet wieder draußen. Oh, das war zu schnell. Bist du oben? Ja, irgendwie trefft du oben. Alter. Da unten ist unser gestaffelter Erste-Hilfe-Zeugs. Ist das hier oben oben hoch? Du Erste-Hilfe? Nö, ne? Bleib. Gut, ich. So, hab ich. Wo bist du denn jetzt hin? Runter? Ja. Wenn wir jetzt noch mal drei machen, haben wir doch... Neun. Ja, das ist zu gefährlich. Ich glaub, die tickt dann... Küche. Aber wie würdest du sonst machen? Ich pack erst mal ne Ratte rauf. Ja. So, Essen haben... Wir müssten eigentlich, ähm... Sieben. Sieben machen. Und dann nochmal drei. Dann haben wir zehn. Es ist nicht besser, wenn wir dann nur eine Ratte haben? Wie ist denn am Dauerausticken? Aber wenn zwei in einer Ratte suchen... Und sie ein gerade wegschleppt... Hat der andere genügend Zeit, wenn er sich nicht doof anstellt? Ich bin unten. Ich komm nicht mit dem Futter. Ich bleib da nicht allein rum. Oh, du hast mich gerade erschrocken. Irgendwie kommt sie gleich hier ums Eck gescheißert und hat mich gleich. Hallo? Auf Treppen haben wir keine Chance. Besonders auf dieser hier irgendwie nicht. So, war noch... Oh, wo? Kantine. Wo war denn jetzt die Kantine? Da war doch noch Futter. Ah! Ist auch nicht gerade die Hübsche. Und die Kali guckte so. Oh, wo bin ich? Ganz weit um. Ich komm nach unten. Oben. Nach unten. Es sind... Oben. Es sind sauviele hier oben. Es ist auch nicht richtig. Ach, Mensch. Die Gisela. Bleib stehen. Ja. Hä? Äh, Kantine? Ja. Komm mit. Ja. Da schläb dir am Koppis. Und immer schön kleben bleiben, mein Kind. Hm. Brauch ich kleben. Oh, yeah. Oh, yeah. Ich glaube, ich weiß, wo noch. Oh, ja. Da war eine Ratte. Hast du es gehört? Nö. Warte mal. Ich renne hier gegen die Fliegemann. Ich hab Futter. Warte mal, wo bist du jetzt lang? Wieder raus. Äh. Da, was? Die andere Ratte. Was? Sie kriegt einen Trick? Komm mit. Ja, ich bin hinter dir. Hier könnte noch eine Ratte sein. Hier waren wir noch nicht. Gut, 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 gut. Gule. Auch mal nicht. Keine Ratte. Hilfe. Du musst mich jetzt verteidigen wegen der Ratte, die ich in der Hand habe. Wo wird rechts oder links lang, Kilo? Ja. Erwässig doch nicht. Sorry. Nervosität. Sie kommt. Ah. Ich muss die Ratte gehen lassen. Witzend die so schnell. Ja. Ich muss sie. Da war aber Erste Hilfe bei uns, ne? Da hinten. Wie? Ah ja. Ich latsche dir einfach hinterher oder ich krabbel dir hinterher. Mhm. Mal bezeichnen möchtest. Warum dir hinterher? Dann sperren die den Raum ein und die Erste Hilfe. Kann ich nicht. Hier ist keine Tür. Ah, hier ist doch eine Tür. Hier ist eine Tür. Da ist das eine Tür. Brauchst du das Futter hier? Ja. Haben wir da noch Futter? Nein. Hier drin nicht. Aber Erste... Erste Hilfe ist hier auch nicht drin. Nur eine Spule ist hier drin. Oder eine Sicherung. Gut. Die brauchen wir aber nicht. Ähm. Gut. Hier ist keine Ratte. Ich brauche erst mal wieder Futter, ne? Du hast jetzt mein Futter genommen. Entschuldige. Nee. Es war so köstlich. Boah, ja. Morgen. Ja. Hier ist Essen. Hier auf dem Tisch. Jo. Gut. Äh. Hab ich. Hab ich. Hab ich. Mal sehen. Wolle ich du Fahrer? Ist die Frage, wollen wir zwei, zwei Ratten verbrennen oder nicht verbrennen? Die wird aber dann... Was? Da brauchen wir drei, ne? Ja. Nein, ich hab zwei. Wir brauchen dann... Alles klar. Oh, was mach ich denn? Mach das mit den Ratten. Das ist doch wieder doof. Da brauchen wir doch nur drei Ratten. Ja, aber da muss ich erst mal zu dir kommen. Warum? Du hast jetzt eine Ratte und unten ist eine Ratte. Ich hab zwei. Genau. Wenn ich jetzt zwei Ratten verbrenne, sind wir bei acht Stück. Die gute wird ausklinken bis zum Gehtnichtmehr. Ja, und dann soll ich dich da oben befreien? Und retten? Ich bin tot. Warte mal. Ja. Ich kann's gerne machen, aber ich werde tot sein. Nein, ich weiß jetzt nicht. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh, Hilfe. Ich bin so doof, den Weg nach unten zu finden. Jedes Mal verpeich ich es hier. Ich werde die achte Ratte nicht draufpacken. Der größte Fehler, den ich nicht gerade machen konnte. Alter, sie rennt wohl in deine Richtung. Sie rennt runter. Glaub ich. Zu dir. Du bist bei mir. Bleib stehen. Wo rennst du denn hin? Hier hinterher. Da bin ich doch gar nicht. Soll ich hochkommen? Ja, ich bin bei dir. Ähm, zwei Ratten brauchen wir noch. Eine ist unten, zwei Ratten brauchen wir noch. Ich hab keine Ahnung, wohin. Kali? Leuchten. Nach links dann. Nee, komm mit. Nach hinten. Ja. Wir gehen durch die Leichenhalle. Ja. Ja. Oh. Hat sie dich? Hat sie dich? Ja. Sie kamst du scheiße schnell ums Eck. Du hast ja keine Zeit, die zu blenden. Komm, komm. Alter, finde. Hast du... Nee, du hast Futter in der Hand, ne? Und eine Ratte haben wir unten. Warte mal, ich sieh gar nichts. Hier ist ja gar nichts. Nichts. Nee, hier ist Reuchte, du Idiot. Die brauchen nur noch zwei Ratten. Ja. Komm nicht hierher. Komm nicht hierher. Andere Seite, Schatzi. Boah, ist das so richtig gut. Geh dich dahin, da ist irgendwie Reuchte, du Idiot und, und... Links hier drin schützt sie. Oh Gott, sie ist bei mir. Sieht sie aus? Nee, aber gleich. Andere Seite. Bist du hier runter, die Treppe? Ich bin tot. Blende sie. Alter, sie ist elektrisiert. Ja. Boah, auch eine gewisse Zeit. Blenden, aber wenn sie gleich ums Eck geschossen kommt, hast du keine Chance, diese zu blenden. Ich kann nur versuchen, dich zu heilen. Weg hier. Komm mit, nimm dir kein Essen mit. Keins? Keins. Gut. Leute, sorry, dass es so getaktet ist gerade. Professionell, das ist Kommunikation. Ah, nein. Egal, hier. Ratten suchen. Ratten suchen? Ratte bei mir? Nur noch du brauchst noch eine Ratte. Ich hab noch... Ich hab Futter jetzt von... Ja. Woanders ja genommen, nicht von uns doch. Nur noch du... Du brauchst Essen. Ratte, hier, 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 hier. Komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich hab sie hingeschmissen. Hat sie es registriert. Mach die Tür zu. Nein! Was war? Nein! Das wären die zwei Ratten. Ich hab die Tür zugemacht. Da, erste Hilfe ist gleich da. Nice. Verdammt. Geh runter, ganz weit hinten, letztes Dings, oder... Ehe, eine Ratte isst. Ich weiß nicht, wie lange die essen, ob die Schüsse so lange bestehen bleibt. Hier war da irgendwo die Schüssel. Ja, ja, schon... Ich weiß wo. Hab ich? Vielleicht kann man die eine noch einsammeln. Ach. Alter. Nee, die andere ist nicht mehr. Mist, wo ist jetzt Futter? Nimm die Ratte. Hab ich. Ich weiß nicht, ob du hier bleibst. Leute, blende sie, blende sie. Bin ich um dem Eck mit Futter? Unter mir? Oh, oh. Lauf. Du bist geblendet, lauf du auch. Und die Ratte auch. Ich hab mich... Ich hab mich eingesperrt. Was mach ich jetzt so? Entweder verbrennst du beide, aber dann haben wir ein Riesenproblem. Oder wir bleiben auf den Nen... Ich bin eigentlich... Oben. Ja. Was mach ich jetzt mit der Ratte in der Hand? Ich weiß es nicht. Da rennt einer. Mist, ich muss die loslassen. Oh, ich weiß nicht. Ich hab sie schon losgelassen. Das geht nicht anders. Dann heile mich. Dann heile mich. Solange die nicht ja noch alle rennen. Die läuft gerade. Die läuft gerade zum Putter, die eine Ratte. Weißt du, wo die andere hingerannt ist? Die andere muss nach unten gerannt sein. Hier, hier, hier. Schnapp sie dir. Komm schon, komm schon, komm schon. Lauf doch nicht um diese beschissene Säule. Nimm. Ich hab sie. Nimm. Komm, 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 komm. Was, 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 was? Und selbe Spiel. Nichts falsch jetzt machen, nichts falsch machen. Ich hebe um. Mach. Ratte, mach bitte. Pack sofort drauf. Ja. Mach, 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 los, 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 los. Ist drauf, ist dran. Ja? Was? So, lass immer schön schreien, wenn Ratte weg ist. Ja, ja. Mach auf. Hast du? Ist vorbereitet. Ist vorbereitet. Oh. Baby. Wie? Ja, Mann. Ja. Ja. Yes. Alter, geil. Hat sich ausgerattet. Wer zieht denn sie da? Alter. Ah, geil. Oh, jetzt kriegt es aber schon Therapie. Oh, die hat weggespielt, ja? Hallo? Die Molli. Alter. Ich habe sie doch nur gespielt. Beheilt sie. Ja, merkt euch das. Wenn ich euch spiele, dann passiert sowas. Oh, wow. Hätte ich. Oh, jetzt ralte ich es gleich. Achso. Hätte ich nicht gedacht. Nein, hätte ich auch nicht gedacht, dass wir das beim zweiten Durchmarsch hinbekommen. Ja. Schön. Ja, schön. Und nur zu zweit. Haben wir jetzt irgendwas freigeschaltet oder so? Ähm. Nö. Nö? Nö. Nö. Nö, haben wir nicht. Ah, ja, 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 ja. Sehr schön. Aber ihr Lieben? Haben wir auch nicht in der Himmel. Ähm. Wir wollen auch eine Runde fassen und vorwärts zocken. Auf das habe ich schon seit Ewigkeiten wieder Bock. Deswegen würde ich sagen... Ich gehe zu Hause. Einstimmen. Erstmal das. Kali geht pullern. Genau. Und ich gehe mal aus diesem Spiel raus. Geh doch. Mach ich auch. Mach doch. Sehr schön. Beenden. Ihr habt auch das Billig-Level gemacht? Glaube ich dir nicht. Hallo? Das war normal? Das war sowas von normal? Billig geht gar nicht. Stand nicht billig. Da stand normal. Das Bild ist klasse. Also, ich bin gleich wieder da. Lasst mich mal kurz den... Mal gucken, was bei... Hasmophobia neu reingekommen ist. Das andere posten mit. Warum postet der Bot schon wieder nur diese... Egal. So. Ah, sehr schön, Mutti. Ja, das habe ich. Ja, ich saß... Vorgestern dran und hab das... gestern. Gestern. Gestern saß ich dran. Und hab das mal eine Runde gemacht. Nee, nicht Bibi, sondern Sinclair. Ich hab das unter den Namen Sinclair... gemacht. Gibt uns ein Zeichen. Ah, sehr schön. Es kann uns hören. Aber ihr Lieben, ich glaube, ich gehe auch noch mal für kleine Kinder. Deswegen passt mal auf mich auf. Passt besser auf Lumis ausdrucksstarken... Cool. Bis gleich. Anyways. Untertitelung des ZDF, 2020